In Zeiten wie diesen, in Zeiten wie diesen sitzen Menschen in Knästen, deren Verbrechen es ist, keine Papiere zu haben für ein Land wie dieses. In Zeiten wie diesen, für Deutschland, dem Freien und Sozialen und so Zivilisierten. Kein Traum, eher ein Traumataland, mit so viel Geschichte, schon so viel Vergessen von Verfolgung und Morden, dass es so leicht funktioniert, Menschen abzuschieben, sie auszufliegen in Gebiete mit Krisen, in Gebiete mit Kriegen, in Zeiten wie diesen. In Zeiten wie diesen sitzen Menschen in Knästen, deren Verbrechen es sein soll, die Ruhe zu stören, den Bundeswehrfrieden zu sabotieren. In Zeiten wie diesen, in Zeiten von völkerrechtswidrigen Kriegen, ist es ein Akt der Vernunft, sich zu stellen gegen die Mördermaschine, die von Menschen betrieben, sich dagegen zu stellen, mit Werkzeug, mit Worten und Taten.